Herzlich Willkommen zum Eistalk aus dem Win2D Studio. Ich darf heute Robert Bomi Lukas bei mir begrüßen, aktueller Nachwuchsleiter bei den Young Steel Wings in Linz. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke Michi, danke vielmals für die Einladung. Die Win2D Eishockey League befindet sich gerade in der dritten und letzten Länderspielpause. Wie nah bist du selber noch am Geschehen dran? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich sehr, sehr eingespannt bin, was meine Tätigkeit als Nachwuchsleiter betrifft und dass ich nicht so viel Zeit habe, mich mit all den Spielen auseinanderzusetzen oder so viel Zeit habe, wie ich mir gerne wünschen würde. Natürlich verfolge ich die Aufs und Abs unserer Black Wings und manchmal mit einem wehmütigen und manchmal mit einem lachenden Auge. Gestern war es wieder eher Weinendes, sage ich jetzt einmal. Aber ja, es ist natürlich mein Heimatverein und mein Bruder ist zu allem Überfluss auch noch Coach. Dann wäre es ja falsch, wenn ich mich nicht ein bisschen dafür interessieren würde. Ja, es ist sehr, sehr viel zu tun, aber es muss ein bisschen Zeit bleiben, sich natürlich auch mit dem Premium-Produkt Eishockey in Österreich auseinanderzusetzen. Länderspielpause, man sagt ja immer, das ist die Zeit, um die Akkus aufzuladen. Für die Spieler, die jetzt zum Beispiel war es zu meiner Seite so und ich glaube nicht, dass sich das großartig geändert hat. Dieser Dezember und Jänner, das ist mit dem Playoff sicher die stressigste Zeit für einen Eishockey-Spieler. Ich glaube, du spielst unzählige Spiele in kürzester Zeit und da bleiben dann meistens auch Krankheiten oder Verletzungen nicht aus und jetzt ist es so normalerweise, dass man wirklich am Beginn dieser Break sicher zwei, eher sogar drei, manche Mannschaften sogar vier Tage frei machen, damit die Spieler wirklich einmal runterkommen können und sich wirklich einmal ihrem Alltag widmen können, also auch vielleicht dem familiären Alltag und wirklich einmal so einmal abschalten können und die Akkus, so wie du sagst, aufladen, damit man bereit ist für die wirklich wichtige Phase und die Playoffs. Du hast vor mittlerweile knapp sechs Jahren deine aktive Karriere beendet. Wie blickst du da auf diese Zeit zurück? Ja, es war eine lange Zeit. Ich habe schon ein paar Spiele absolvieren dürfen in der höchsten Spielklasse und darauf kann ich natürlich schon stolz sein. Das war ein bisschen ein wehmütiges Ende für mich, weil ich natürlich, das wissen alle, noch gerne ein bisschen weiterspielen wollte. Hat dann nicht sollen sein. Du kriegst halt im Leben nicht immer das, was du dir wünschst. Am Ende des Tages habe ich dann von den Blackwings eine andere Funktion angeboten bekommen und die habe ich dann übernommen. Es ist dann halt nur der zweitbeste Job auf der Welt, aber der beste Job ist definitiv der ISOG-Spieler und nicht der ISOG-Trainer. Du weißt, über tausend Spiele hast du absolviert in der obersten Spielklasse, davon 762 für die Blackwings. Zu Saisonbeginn 18, 19 ist dann auch deine Nummer unters Hallendach gezogen worden, wie auch von deinem Bruder. Das war im ersten Spiel gegen die Vienna Capitals. Sind das Momente, die einen dann schon wehmütig machen? Denkst du da manchmal zurück? Ich sage sehr herrlich, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht darüber nachdenke, wie wäre es, wenn ich jetzt noch spielen würde. Weil, wie gesagt, es ist schon das Coolste. Es ist der beste Job. Man mag sagen, es ist dann stressig und so weiter und so fort, aber verglichen mit allem anderen, was ich bis jetzt erlebt habe in den letzten fünf, sechs Jahren, ist der ISOG-Spieler by far der beste Job. Und deswegen sage ich euch jedem Spieler, selbst wenn ich ihm anbiete, du, wenn du einmal aufhören solltest und wenn du einmal darüber nachdenken willst, Trainer zu werden, dann komm bitte zu mir und sag ihm, hey, ich werde dich nicht zu nichts zwingen, weil ich weiß ganz genau, wenn du das Ziel hast, weiter zu spielen, dann spiel bitte weiter. Mir haben sie es nicht zugestanden, aber ich will nicht der sein, der dir sagt, du darfst nicht mehr spielen. Du bist glücklicherweise ja im Eishockeysport erhalten geblieben, bist dann Nachwuchsleiter bei den Young Steel Wings geworden. War das schon auch immer im Hinterkopf, so im Eishockey zu bleiben, vielleicht auch mit der Jugend zu arbeiten? Ja, schon. Also schon am Ende unserer Karriere haben der Phil, der Marc und der Penx und ich, sozusagen die Fraktion aus Linz, an einer Aktion von mir hervorteil genommen, wo ich sozusagen sofort die B-Lizenz und die A-Lizenz den Trainer gemacht habe. Und es ist ja schon im Vorfeld dazu, ist der Christian Pertler schon damals auf mich zugekommen und hat gesagt, du, wirst du mal Trainer werden bei mir? Ich habe gesagt, du, können wir gerne darüber reden, jetzt will ich noch den geilsten Job auf der Welt machen und dann reden wir über etwas anderes. Aber bevor ich überhaupt nachdenke, Trainer zu werden, will ich eine Ausbildung haben. Und das war sozusagen die Basis, das war die Grundvoraussetzung. Ich mache nichts, wenn ich nicht zumindest auch ein bisschen Ahnung davon habe. Und diese Ahnung haben wir uns dann aneignen dürfen in diesem Kurs. Ja, und dann zwei, drei Jahre später ist dann jeder dazu gekommen, dass das Angebot gekommen ist. Und ja, dann habe ich auch keine Ausrede mehr gehabt, sozusagen. Es ist natürlich ein ganz anderes Betätigungsfeld, sage ich einmal, vor allem organisatorisch viel zu tun. Wie ist dir der Umstieg auch, ist dir der leicht oder schwer gefallen? Ja, extrem schwer. Also das ist ja etwas, was der Eisergespieler nicht hat, beziehungsweise auch nicht wirklich braucht. Man muss sich das schon vorstellen, der Eisergespieler, der hat einen relativ durchgetakteten Tag. Ja, also normalerweise jetzt, wenn ich da vom Linzer Eiserge rausgehe, wir haben zehn bis zwölf Uhr Eistraining. Ja, gut, dann kommst du in die Halle, sage ich jetzt einmal, um acht. Und wenn es dir bist, dann bist du wahrscheinlich um 13.30 Uhr aus der Halle draußen. Ja, das sind deine fünfeinhalb Stunden am Tag. Und diese Zeit in der Eishalle ist mehr oder weniger durchgeplant. Ja, du musst dir eigentlich um nichts kümmern. Das heißt, na klar, du musst in der Früh aufstehen, du musst frühstücken und dann kommst du in die Halle. Dann nach dem Training ist Mittagessen und der Rest des Tages ist eher so sozusagen zur eigenen Verfügung. Wenn du eine Familie hast, dann ist es wahrscheinlich so, dass du wahrscheinlich dein Kind zum Eisergebringst, beziehungsweise so wie es am Ende meiner Karriere war, habe ich dann auch den Black Wings schon im Nachwuchs geholfen, auch wie ich schon Spieler war, zumindest teilweise. Und ja, aber jetzt das Ganze von der anderen Seite anzugehen und zu sagen, ja, jetzt bin ich der, der den anderen den Plan vorgibt, beziehungsweise den Plan einmal macht, so dass er für alle passt. Das ist, ja, das muss man erst lernen. Und das war schwerer Weg. Wie bist du da insgesamt, sage ich mal, mit deiner Entwicklung zufrieden? Wie lange hat es gedauert, dass du da in diesem neuen Alltag drinnen warst? Und wie bist du auch mit der Entwicklung der Organisation zufrieden im Nachwuchs? Naja, es ist ja bei mir dann eher Learning by Doing gewesen. Es ist nicht so, dass der jemand zu mir kommt und sagt, du weißt was, das gehört so, das gehört so, das gehört so, das gehört so. Es sind immer wieder Leute durch mein Leben oder in mein Leben getreten, die mir schon Tipps gegeben haben und geholfen haben, gewisse Strukturen und gewisse Konzepte aufzubauen. Aber wenn das Tag ist, war es jetzt so, dass, wo ich da ist, mach. Und das, ja, das Trainer-Dasein, das haben wir uns einigermaßen angeeignet. Aber ich habe vorhin gesagt, der Eisergespieler ist der Beste, der Trainer ist der Zweitbeste und ich weiß nicht, wo der Nachwuchsleiter als Job zu deklarieren ist. Ich will das jetzt nicht alles schlecht reden, weil der Vorteil ist, als Nachwuchsleiter, du hast die Möglichkeit, wirklich auch das nach deinen Ansprüchen bzw. nach deinen Sichten oder Ansichten etwas zu kreieren, etwas aufzubauen. Das ist schon was Cooles. Das ist eine gewisse Verantwortung, die man übernehmen muss. Aber das finde ich auch geil. Das ist ja was, was heutzutage ein bisschen fehlt, diese Verantwortung zu übernehmen, was zu machen. Und wenn es falsch ist, dann ist es halt falsch. Da muss ich daraus lernen und muss es besser machen beim nächsten Mal. Also ich habe mich schon angefreundet mit dieser Position, weil es einfach was ist, wo ich sage, du kannst wirklich versuchen zumindest, etwas in eine gewisse Richtung zu bewegen, die du vorgeben kannst. Und nicht im Rahmen der Möglichkeiten. Also wenn wir jetzt auf Linz zukommen, natürlich gibt es immer gewisse Grenzen, an die man stößt und dann versucht man halt immer die Grenzen ein bisschen weiter rauszuschieben und zu sagen, okay, vielleicht geht das auch noch, vielleicht geht das auch noch. Und was ist, wenn wir das können? Ah, vielleicht schaffen wir das. Also es ist ganz, ganz viel Düftelei, ganz viel Ausloten, wo kann ich jetzt noch was rauskitzeln und so weiter. Ja, das ist sehr, sehr spannend und sehr interessant. Dein Bruder und du, ihr seid ja auch immer dafür bekannt gewesen, hart zu arbeiten und einfach auch so ein bisschen eine Kultur zu haben, diese vorzuleben innerhalb des Vereins. Wie ist es dir da gegangen, auch diese Vereinskultur bei den Young Black Wings zu etablieren? Naja, das Erste, was ich gemacht habe, war beim ersten Elternabend, ich habe die Eltern einmal gefragt, was wollen wir denn überhaupt? Wollen wir Leistungssport, wollen wir Breitensport oder wollen wir Nachmittagsbetreuung? Und du kannst dir vorstellen, die meisten Eltern haben geantwortet. Ich habe da so eine Stricherliste sozusagen durchgehen lassen und das waren so ungefähr 90, 95 Prozent, haben gemeint, sie wollen Leistungssport. Ohne zu wissen, was wirklich Leistungssport bedeutet, beziehungsweise ohne zu wissen, was ich unter Leistungssport verstehe. Leistungssport ist natürlich nicht, ich komme ein-, zweimal in der Woche zum Training und damit ich am Wochenende spielen kann, nein, das ist nicht Leistungssport. Wenn ich Leistungssport will, dann ist es gezieltes, regelmäßiges Training, damit ich besser wäre. Und dazu kommen immer noch Spiele am Wochenende. Also ich gehe nicht trainieren, um zu spielen, das wäre Breitensport. Und das sozusagen, diese Definition am Anfang einmal von den Eltern zu bekommen, beziehungsweise dieses Commitment von den Eltern am Anfang zu bekommen, das ist ja überhaupt das Schwerste und daran arbeite ich immer noch. Also das ist das, woran wir gerade jetzt fast Tag und Nacht grübeln, wie können wir diesen Mindset in Kinder, in Eltern reinbekommen, wenn ich was mache, dann mache ich es entweder ganz oder ich muss es gar nicht. Und so funktioniere ich und so funktioniert auch mein Bruder. Er hat es natürlich ein bisschen leichter, weil er mit Profis arbeitet. Aber wie du gesagt hast, wir versuchen es natürlich vorzuleben, aber es muss natürlich irgendwie aufgegriffen werden von den anderen, von den Trainerkollegen, von den Betreuern, von den Eltern, von den Kindern am Ende des Tages auch. Ansonsten ist es so, dass ich meinen Mindset habe und es ist schön und ich habe mein Ziel, was ich für diesen Verein habe, aber es ist nicht das gleiche Ziel, das alle anderen haben und dann trete ich nur in die Luft. Dann ist es ganz schwer, sozusagen auch etwas zu bewegen. Das heißt, das Wichtigste für mich ist eigentlich, diese Leute auf irgendeine Art und Weise, und diesen Weg habe ich leider noch nicht finden können, zu inspirieren, so zu denken, wie ich es tue. Weil ich weiß, wenn du Leistungssport machen willst, dann kannst du das nur über diesen Mindset. Ich mache es ganz oder ich mache es gar nicht. Ich glaube, du bist auch selber sehr gerne und sehr oft am Eis mit dem Nachwuchs. Ist das dann einfach auch dieser Ort, wo du deine Erfahrung und deine Leidenschaft am besten weitergeben kannst? Grundsätzlich ist es ja so, dass das, was am Eis passiert, normalerweise für mich fast das Urlaub anzusehen ist. Weil das ist ja das, wo ich sozusagen eine Ahnung habe, wo ich mich auskenne. Was viel mehr Zeit kostet, das ist diese Strukturarbeit, die organisatorische Arbeit, auch Konzepte erstellen und so weiter. Das ist etwas, was ich jetzt nicht gelernt habe. Was ich gelernt habe, war es okay. Und da habe ich ziemlich gute Lehrmeister auch gehabt und habe auch sehr viel aufnehmen können und wollen. Deswegen habe ich auch sehr viel weiterzugeben. Und das, das schüttle ich aus dem Ärmel. Also da kann ich sagen, selbst wenn ich komplett unvorbereitet bin, was normalerweise nicht der Fall sein sollte. Aber selbst wenn das einmal passiert, dann schüttle ich was aus dem Ärmel und ich sage, das war ein Training, das hat den Kindern zumindest einmal taugt und da haben sie auch etwas mitgenommen. Das, was wirklich so aufreibend ist für uns eins, ist diese administrative Arbeit. Und das ist viel. Das macht eigentlich einen sehr großen Anteil des Tages aus. Du warst viermal Meister, hast an zwei olympischen Spielen teilgenommen. Geben dir deine Erfolge auch so ein bisschen eine Autorität bei den Kindern? Oder kennen die den Spieler Bobby Lucas gar nicht wirklich? Ja, ist eine gute Frage. Was man natürlich gut tut, ist, ich habe viele Geschichten zu erzählen. Und die Geschichten, die ich erzähle, die sind aus dem echten Eisergeleben. Und ich habe falls zu jeder Spielsituation bzw. zu jeder Lebenssituation, die ein Kind einmal da erlebt und es zu mir kommt und mich fragt, habe ich natürlich eine Geschichte oder mehrere zu erzählen. Und das ist ein großer Vorteil. Ob sie jetzt wirklich wissen, was ich alles geleistet habe als Profi-Eisergespieler, das weiß ich nicht. Und es sollte jetzt nicht unbedingt die große Rolle spielen. Natürlich ist ein Vorteil, da kommt der Bobby, da kommt der Bobby. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch ist, da kommt der Bobby, der mit den tausend Bundesligaspielen und mit den zwei Olympiaden und mit den vier Meistertiteln. Oder da kommt der Bobby. Okay, jetzt geht es los. Also ich wäre eher froh darüber, wenn man sozusagen den Trainer, Bobby Lukas, deswegen respektiert, weil er einfach gute Arbeit macht und weil er konsequent ist, aber fair. Und nicht, dem glaube ich jetzt alles, weil der hat tausend Bundesligaspiele. Es kann sein, dass ich auch einmal falsch liege und das ist schon des Öfteren passiert in meiner Trainer- bzw. Nachwesleiter-Karriere. Und das soll nicht deswegen wahr sein, nur weil ich gewisse Erfolge als Profi-Eisergespieler gehabt habe. Du hast dir jetzt schon ein paar Einblicke gegeben. Man hat stark das Gefühl, dass du ein sehr klares Ziel oder den Weg sehr klar kennst. Von dir stammt das Zitat, viele verwechseln Geschick mit Talent. Was meinst du damit? Ja, also das haben wir mitgenommen aus dem Trainerkurs. Und der Sportwissenschaft an sich, der beschreibt ja Talent ganz anders als viele anderen. Viele Normalbürger, sage ich jetzt einmal. Die meisten sagen, okay, wenn jemand ein Talent ist, dann ist er geschickt und dann ist er schneller als der andere. Das ist nicht, was wir Trainer bzw. Sportwissenschaftler als Talent bezeichnen. Ein Talent ist derjenige, der ein Ziel vor Augen hat und alles in seiner oder ihrer Macht stehende bereit ist zu tun, um dieses Ziel auch zu erreichen. Und das birgt halt die Aussage in sich, alles, was ich will, kann ich schaffen. Ich muss nur alles dafür tun. Ich kann alles lernen, was ich will, aber es ist alles, was mir möglich ist, notwendig, um das zu erreichen. Und das muss ich bereit sein, auch zu opfern. Das ist sozusagen nach dem Motto, nach dem ich auch versuche zu leben, es gibt nichts, was du nicht lernen kannst. Du kannst alles lernen, aber du musst halt Dinge dafür opfern. Und wenn du den Glauben oder den Gedanken hast, egal, was ich tun muss, ich kann das schaffen, dann wirst du das wahrscheinlich auch schaffen. Das Ziel jeder Organisation ist es ja, so viele Nachwuchsspieler wie möglich in die erste Mannschaft zu bringen. Wie siehst du da den aktuellen Weg in Linz? Naja, ich sage, wir haben in Linz eine gute Struktur aufgebaut. Wir haben ein durchgängiges, ich glaube, wir sind eine der wenigen Organisationen in Österreich, die sozusagen anbieten können, Anfänger bis U15, über U17, U20 und dann die zwei, sage ich mal, Speerspitzen, Alps-Hockey-League-Mannschaft und Eishockey-League-Mannschaft. Das können nicht viele und ich finde diese zweite Speerspitze Alps-Hockey-League natürlich eine sehr, sehr wichtige Installation, um Spielern wirklich die Möglichkeit zu geben, in die Eishockey-League zu kommen als Sprungbrett. Ansonsten, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig von der U20-Liga derzeit direkt in die Eishockey-League zu kommen, weil der Niveauunterschied einfach zu groß ist. Und deswegen sind wir vor, sage ich mal, vier, fünf Jahren diesen Weg gegangen und gesagt, wenn wir Linzerspieler in die Kampfmannschaft der Black Wings bekommen möchten, dann geht es nur über diesen Weg. Deswegen sage ich, was die Strukturen betrifft, sage ich, sind wir da gut aufgestellt und ich glaube nicht, dass viele Organisationen in Österreich das matchen können. Woran wir halt arbeiten müssen, ist, wir müssen das mehr nach außen bringen, dass wir diese Möglichkeit noch anbieten und dann müssen wir natürlich mehr Kinder bekommen. Wir brauchen mehr Kinder zum Sport generell. Das habe ich schon vor fünf, sechs Jahren gepredigt, auch noch als ich Spieler war. Wir brauchen einfach viel mehr Kinder zum Sport und am Ende des Tages, wenn mehr Kinder zum Sport kommen, dann bleibt für den besten Sport der Welt Eishockey sicher auch einiges übrig. Wenn wir über so einen Werdegang eines Spielers reden, man pickt ja dann selten wirklich einen raus, aber wenn wir als Beispiel Patrick Söllinger nehmen, ist das eher so ein Paradebeispiel, wie es laufen kann? Es ist definitiv ein Prototyp, wie wir uns das vorstellen. Also man muss sich auch die Entwicklung von Patrick auch anschauen. Ich habe ihn jetzt seit knapp sechs Jahren und es hat immer geheißen, Patrick, ja, der bemüht sich. Aber das wird nichts, das ist langsam. Das ist langsam. Ich kann mich noch erinnern, ich bin vor zwei Jahren mit einem Trainer da gesessen und wir haben uns sozusagen eine Liste aufgeschrieben, okay, wen haben wir auf der Liste, wo wir sagen, den können wir weiterbringen. Und da ist er schon bei mir auf der Liste weit oben, weil er Talent hat. So wie ich es vorhin erwähnt habe. Er ist jetzt nicht vielleicht der Geschickterste oder der Schnellste oder der Agilste, aber er hat Talent und er ist bereit für das Ziel, das er sich setzt, alles Mögliche einzusetzen. Und nicht nur im Sport, sondern auch in der Schule, weil wir haben ihm schon, und das ist ja auch eine wichtige Säule bei uns, der Patrick hat ein kleines Problem in der Schule gehabt, ja, er hat sich ziemlich schwer getan, aber er hat maturiert. Er hat letztes Jahr maturiert, weil mein Bruder gesagt hat, du weißt was, Patrick, Schule ist wichtig. Und wenn du die Matura nicht schaffst, dann kann ich da keinen Jungprofi-Vertrag geben. Was hat er gemacht? Er hat sich reingehängt und er hat das geschafft. Jetzt hat er seine Matura gemacht und er hat damit seinen Jungprofi-Vertrag bekommen. Ja, und über die Alps natürlich hat er jetzt wieder den Sprung geschafft in die Kampfmannschaft und ich glaube, da brauche ich nicht allzu viel sagen. Er bringt Tag ein Tag aus seiner Leistung. Ein 2004 Geborener, das heißt 19 Jahre alt. Ja, das ist ein Prototyp, so wie wir ihn gern hätten und so wie wir ihn noch gern mehrere von hätten in der nahen Zukunft in Linz. Erfolg ist ja dann oft die beste Werbung für Fans, Sponsoren, aber natürlich auch für den Nachwuchs, die ihren Idolen nacheifern. Linz hat ja eine sehr schwierige Zeit auch hinter sich gebracht. Wie attraktiv ist es aktuell, wieder in Linz Eishockey zu sehen, zu spielen, zu leben? Ich glaube, seit langem wieder attraktiver. Wie du gesagt hast, wir haben natürlich eine schwere Zeit hinter uns und das war auch nicht einfach für uns, für den Nachwuchs. Wenn du in der Presse hauptsächlich Negatives hörst über Eishockey, dann werden Eltern sicher nicht, wie soll ich sagen, als erstes einmal in die Eishalle gehen und sagen, du, ich stecke jetzt mein Kind zu euch, weil ich höre ja nur Gutes über euch. Das war ein Riesenproblem, Corona ist noch dazugekommen, aber wie du jetzt wahrscheinlich schon herausgehört hast, ich bin kein Freund von Ausreden und Tatsache ist, wir haben definitiv zu wenig Kinder im Sport, definitiv zu wenig Kinder im Eishockey und das gilt für ganz Österreich, aber das gilt auch vor allem für Linz. Und jetzt gilt es daran, zu arbeiten, wir müssen das ändern. Da ist die Kampfmannschaft ein großes Zugpferd, weil wir schon herausgefunden haben, wenn die Kampfmannschaft erfolgreicher ist, dann ist natürlich mehr Medienpräsenz, beziehungsweise Eishockey ist in Linz dann wieder in aller Munde und die Leute kommen automatisch in die Eishalle und die Kinder bringen sie dann auch noch mit. Das ist sozusagen ein bisschen so ein Schneeball-Effekt, aber wir müssen da mehr tun. Ich muss mich da auch an der Nase nehmen. Es ist nämlich schon so, meine Expertise ist am Eis, meine Expertise ist definitiv nicht bei Social Media und ich glaube heutzutage, dass du nur über Social Media auch die Leute genug erreichst und da müssen wir arbeiten. Aber das ist nicht meine Expertise und deswegen müssen wir da und haben wir hoffentlich jetzt auch einen gefunden, der uns da helfen kann.